Das Wasser sieht geil aus, ne? Hallo und herzlich willkommen! Achso, ich muss nachladen. Zu einer weiteren Folge von Biomutant mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, dadurch, dass wir Motorstufe 3 haben, können wir jetzt auch hier hin. Hier sollen die schrecklichsten Monster der Welt leben. Meinte eben der Sprecher. Aber der meinte, ich habe mehr viel. Wir gehen jetzt mal in den Keller gucken. Was haben wir denn im Keller? Eine Kiste. Nein. Nein. Da draußen klappert was. Da ist was klapprig. Nein. Oh. Ja. Ein Hemd. Ich meine, so klein kann er ja gar nicht sein. Wenn ihm menschliche... Hat er hier geschlafen? Ah, wo bist du? Nashi. Nashi. Die schrecklichsten Monster. Ein schönes Heft. Die Abtauchluke. Sind hier noch irgendwelche Viecher, die mich dann wieder stören? Nee. Hier war mal ein Hafen. Das ist ein Anleger. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt wieder nicht wegkam. Was machst du da unten im Wasser? Lass dich fangen gefälligst. Lass dich fangen gefälligst. Sonst ist hier nichts, ne? Na gut, dann kümmern wir uns mal um ihn hier. Stimme die Schalter aufeinander ab, damit es klappt. Ah, schön. Genau so funktioniert der Funkenputzler. Ding! Und fertig. Das ist zwar nicht genau, was du wolltest, aber dafür ging es schnell. Hier muss noch mehr Beute sein. Hier muss noch mehr Beute sein. Hier muss noch viel mehr Beute sein. Ich komme hier wieder nirgendwo rüber. Aber wo soll die denn sein? Auf dieser Insel hier irgendwo? Schreckensinsel. Drehen kann man die Karte nicht, ne? Nee. Ich habe ja hier noch nicht viel gefunden. Ob ich du mieb? Komm. Wir miepen uns mal hier rum. Das hat sich gleich ausgemiebt, ne? Ich habe es geahnt. Das sind die Geräusche. Komm, wir reiden an dem Strand entlang. Ach ja. Hier geht es auch nicht rein. Hier geht es jetzt nicht weiter. Oder? Doch, gerade so. Nu ist aber vorbei. Schreckensinsel. Da war doch aber ne... In der Reihe, ne? Ich weiß nicht, warum ich das mache. Also, das sah so aus, als ob man innen reinkam. Aber da ist Eis oben drauf. Ach, das ist da. Das sah so komisch aus. Aber, 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 aber. Warte mal, da war ein Vermint der Weg, glaube ich, ne? Die ist aber groß, die Insel. So, hier sind jetzt die Minen. Vielleicht hier an der Seite. Ja. Aber, das ist hier. Ah! Wir müssen sie ja nicht wieder verlegen. Oh nein! Es ist doch kalt. Oh, super. Das haben wir gebraucht. Was erwartet uns auf dieser Insel? Außer... Okay. So, einer. Au! Hast du ein Aschi? Hast du ein Aschi? Wo willst du hin? Hallo? Gib mir ein Aschi. Aschi? Na gut. Mach's gut, Dicker. Batsch. Hier war noch was. Ja. Ja. Nachgeladen ist, ne? Da sind die nächsten. Okay. Die Schreckensinsel. Oh, sag mal. Warum? Interessant. Hier kann man hinlaufen. Einfach so? Wo geht's denn hier noch hin? Frostiger. Flauschpulas. Woow. Woow. Woh. Wuh. Stufe 35. Nashi! Dickes Nashi! Okay. Hier geht's noch mehr. Was ist das für eine Insel? Jetzt fehlt mir nur noch ein Bio-Block-Behälter. Sowas ist hier auch noch. Ich glaube, ich könnte mein Tier holen, aber... Oh! Das sah eben aus, als ob hier der Boden weg wäre. Ah, ha! Oh, gleich 37. Genau! So, das hast du nur davon. Ist nachgeladen. Aha, was haben wir denn hier? Lichterschreine. Hier ist aber kein Bio-Block-Behälter. Das wollen wir hier mal festhalten. Jetzt hast du es durchschaut. Haben wir eigentlich noch... Ich habe gerade überlegt. Zwei Punkte. Ich brauche drei. Ja, hier ist kein Bio-Block. Wo bin ich jetzt? Hier oben bin ich. Das ist ein weiter Weg. Da hinten hin. Da ist die Glocke. Aber guck mal, wir können hier eine Schnellreise machen. Da ist noch ein Lichterschrein. Ja, das machen wir. Schnellreise. Geht schneller. Scheiße auf das Bio-Ding da. Ich habe im Moment keine Lust, alles nochmal und nochmal abzulaufen. Wer weiß, wo das Ding nachher war. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass da Monstre waren. Ah, ich wollte eigentlich hier rein. Und mal gucken. Zwei Marzipan. Wenn wir dies jetzt kaputt machen. Ah, das bringt nicht viel. Gut. Hier ist nichts. Nein. 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 Wir gucken mal. Da geht nix. Ich war fleißig, ne? Jo. Aufwerten. Ich habe aber noch meine Glitzerpistole. Ich weiß nicht genau, wie man die da jetzt zuweist. 146. Ja. Ah, scheiße. Jetzt muss ich tatsächlich hier rauf gehen, da. Haupthand. Ausrüstung. Ja, war richtig. Haupthand. Fernwaffen. Als Favorit markieren. Warte mal, wie mache ich denn das? Aha. Gut. Dann habe ich sie hier drauf. So ging das. Habe ich schon wieder vergessen. So, okay. Oh, ist das schön. Ich mache ein paar Fotos machen, weil die Füße sollten mit rauf. Die Füße, die Füße, die Füße. So. Und ich mache das dann auch nochmal so. Damit die Fotos auch irgendwo landen. So. Damit ich die dann auch finde. Da wollen wir hin. Dazu brauche ich mein Wassertaxi. Huch. Da, das Muschelhorn. Oh, bin irgendwie falsch, ne? Ich habe geträumt. Ist das schlimm? Waren wir hier schon drin, ne? Ja, ne? Wasser. Oh. Das hatten wir doch schon erobert, ne? Ich kann mich erinnern. Hubig, du. Komm mit. Haben wir die Pipfrucht schon geerntet? Ja. Oh, sieht das schön aus. Unglaublich schön. Huch. So, das haben wir. Da kommen wir aber nur mit dem Boot hin. Das heißt, runter zum Wasser. Hier. Hier ist am besten. Glaube ich. Was macht ihr denn da? Liegt da nicht drüber nach. So. Nichts wie hin. ein Update für den Clipper-Gleiter. Clipper ist das Wasser. Und Clipper ist das Öl, oder? Ja, 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 ja. Hier sind schon wieder Minen. Minen. Nichts mit Minen. In dieser Ziegelhütte könnte sich noch Lohnenswertes verbergen. Ich hab Angst. Ich werd hier nicht an Land gehen. Ich werd hier an Land gehen. Ich hab Angst und die ist berechtigt. Ziegelhütte. Au. Wir sind hier. Mal gucken. Noch ist hier nichts Lohnenswertes. Ach doch, hier ist ein Schrank. Ah. Ah. Ein Hack. Cool. Ein Messerchen. Oh, jetzt. Das wird ja wieder lustig. Ich find doch hier nicht wieder alles. Hier kann man Göttern. Hier kann man rüber balancieren. Dann ist man hier. Und dann ist man hier beim Schrank. Okay, ne schicke Weste. Hier sieht er so nach Kampf aus. Oh, das hat mich selbst erwischt. 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 Ja. Oh, das hat mich selbst erwischt. Es ist gut. limitations geht. ob... Ich bin da so klasse, dass ich angeschissen hier. Ich lieb das. Ich mag den dicken Namize.